Geri Leckner auf Bahn 1, Startnummer 69. Wo sind die Fans gehört? Geri Leckner! Und auf Bahn 2, da lauert der Ungars. Schikai-Führings mit Startnummer 99. Das heißt, Busch den Highway-Pult. Geri Leckner, jetzt Österreich gegen Ungarn. Bahn 1, Geri Leckner mit der Hayabusa. Und er hat jetzt noch schnell einen Führeraut. Wie schaut es aus aus den Zeiten? Leckner war ca. 2 Zähnchen schneller am Wochenende als Sieg als Führerich. Und hat gesehen, wie schnell es gehen kann. Ein kleiner Fehler beim Start und schon ist alles vorbei. Alles Gute an dem Highway-Pult. Geri Leckner bereit! Seht ihr das Rotlicht? Habt ihr das gesehen? Jetzt ist es schon weg. Das war die Zweierbahn. Frühstadt. Schikai-Führerich hat alles riskiert. Hat alles verloren. Klassensieger in der Kasse 7, Geri Leckner! Geri Leckner gewinnt den Rang, gewinnt den Führerich, gewinnt den Stockerau und 15.000 proletten.